Hallo, liebe Freunde des Kran- und Fahrzeugbaus. Ich darf euch wieder einmal herzlich begrüßen, hier bei der Firma Lümer Kran- und Fahrzeugbau GmbH in Buchen am Schloss. Passend zur Jahreszeit habe ich euch einen Traum in Weiß mitgebracht, einen Volvo, einen FH 500 Globe 8x2 mit einem Radstand von 4.900 mm in Lodeck-Ausführung. Das heißt, wir haben auf diesem Fahrgestell 60er Bereifung, um insgesamt eine Ladehöhe von 1.050 mm zu erreichen. Verbaut hat die Lümer einen Fassi, einen F710 RA-227 mit einem Jeep L426 und einer V20, sprich mit einer 2-Tonnen-Winde. Der Kran ist ausgerüstet mit Klapprollensystemen und ist in einer Größe einzuordnen, wo wir schon im Bereich am Fahrzeug bis zu 10 Tonnen Tragkraft haben. Jetzt gehen wir mal näher in den Bereich des Aufbaus. Wir haben hier bei dem Fahrzeug eine Schwerlastpritsche in Niedrigbauweise. Die lichtenden Innenmaße sind 6.200 in der Länge. Wir haben 2.480 in der Breite, 600er Bordwände und 1.300 mm ist die Stirnwand. Verbaut sind vier Reihen Multisave in Längs- und Querrichtungen. Das Besondere an dem Fahrzeug ist, dass wir hinten eine ausklappbare 5-Tonnen-Rampe haben, um Transporte wie Stapler, Hubarbeitsbühnen oder Ähnliches durchzuführen. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie uns wieder liken auf YouTube, auf Instagram, auf Facebook und auf TikTok. Ich darf mich recht herzlich bedanken und bleibt gesund.